Hallihallo zusammen und herzlich Willkommen zurück bei Let's Play, das Spiel, das wir heute da spielen. Es ist nicht Portal 2, also wisst ihr ja eh, was es ist. Und das ist wieder so eine Stelle, an die ich mich noch gut erinnern kann, und zwar aus dem einen Grund, weil ich das sehr lange gebraucht habe, so wie ihr ja seht. So, und es kann sein, dass bei dieser Aufnahme wieder ein komisches Hintergrund geräuscht ist, weil ich es jetzt wieder mit Camtasia machen möchte, oder beziehungsweise mache. Und, ja, das hänge ich auch nur, weil mir das andere Programm ein bisschen suspekt ist. Ihr habt ja gehört, da sind so komische Geräusche schon, und vielleicht bringe ich es noch irgendwann hin. Mal schauen, wie wir das Ganze so machen können. So. Flupp. Flupp. Und jetzt fänge ich wieder wie letztes Mal an der gleichen Stelle. Denn auch damals wusste ich dann nicht, wie ich es hier weitermachen soll. Und ich weiß es, glaube ich, diesmal auch schon wieder nicht. Ah, nein. Diesmal weiß ich es schon eher. Bin ja nicht dumm. Darum weiß ich es genau. Zack. Ja, Baby. Hey, Baby. so gut hier haben wir drei verschiedene Substanzen ein komisches Tropfen des Blaues ein viel Tropfen des Weißes ein sehr plätschern des Rotes so wo muss man denn hin? wir müssen da hin das heißt ich vermute einfach mal das kommt da hin wie bekommen wir denn da ein weißes Teil hin? oder wir probieren es erstmal mit dem vielleicht läuft das drüber das heißt ich bräuchte dann das da vielleicht auch mal ein bisschen tiefer genau ok und dann bräuchte ich ähm äh ne das bräuchte ich eigentlich nicht da ich bräuchte das da denk ich mal und jetzt könnten wir eigentlich mal ach jetzt geht das da nicht mehr das ist natürlich auch das heißt ich muss den blauen da wieder hinsetzen und dann den blauen da wieder hinsetzen und jetzt könnten wir da im Prinzip ach jetzt geht das auch schnell mal und der vielleicht müsste dann mal das doch da so machen so wir probieren es jetzt einfach mal na gut wir müssen es halt ein bisschen anders machen wir das blaue Teil da so hin ja da müssen wir halt nur noch treffen aber das schaffen wir schon yay aber da müssen wir jetzt was weiß ich hinbekommen ich glaubte einfach mal das blaue beziehungsweise erstmal das weiße damit wir jetzt mit dem blauen nach unten so jetzt dachte ich mir schon gut jetzt haben wir da unten das blaue Zeug auch nochmal ein bisschen was darüber dann können wir jetzt wieder runter gehen dann müssen wir da jetzt erst nochmal so ein Speedteil hin machen genau und dann passt das dann können wir jetzt da zack zack wunderbar wir sind einfach die Größten vor allem wir haben auch den Größten so wir schmieren das hier einfach alles mal komplett ein dann geht das noch naja auf alle Fälle sind wir jetzt hier ja ja mann das sieht doch groß aus fägen wir mal uns so da hier und das andere haut mal da hier naja dann dürfte man halt eventuell nur nicht mehr nach unten rutschen ich weiß auch gar nicht wie die lage hier ist aber es sieht so aus als würden wir hier ganz gut durchkommen hui wunderbar wir sind da und auf einmal hat so ein komisches nebengeräusch aufgehört zu rauschen rauschen äh und da wäre es ja schon beschädigt zumindest was der Sinn ist hier zu machen wie wir es machen müssen weiß ich glaube ich nicht mehr so gut genau so einmal da durch und jetzt ich glaube zu wissen wie es wie tief ähm wir müssen ja ganz darüber hm ja probieren wir einfach mal ein bisschen höher sehen wir dann schon wie es wie es ist beziehungsweise ich glaube wir müssen da oben hin äh knapp daneben knapp daneben ist auch vorbei tralali tralali tralala na ich könnte mir vorstellen dass wir hier hin hätten sollen müssen dürfen können das ja ja das ist ja 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 das ist ja 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 lasst uns das anschauen wie schön das runter fährt schön das runter fährt ja 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 du weißt wie wir ihn besiegen müssen wir auch wissen ja sieht so fett krass aus ah licht ja das scharniert auch ein bisschen äh ja 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 mel Und wir fahren nach oben. Wenn du mich in fronten kannst, werde ich jeden Tag in den kleinen Händen finden. Wenn ich nicht zu hören werde, sollte ich in Ordnung sein. Wahrscheinlich. Ich fahre rundherum, rundherum. Alter, das sieht so krass aus. Keep out. Standing by. Hostiles are jamming your radar. Oh, das ist ja eine Anlage. Dingestens alles. Ja, ich hab recht. Und wir sind in Teil 8 angekommen. Und die Unruhe. Da war hier doch schon ganz schön weit, eigentlich. Aber jetzt glaube ich, dauert nicht mehr lange. Da hab ich zwar am Anfang gespielt schon gesagt, ja, das dauert nicht mehr lange. Oh ja, einer meiner. Ist das cool. Jetzt musst du auf alle Fälle mal Starnschuh langsam ein bisschen mitlesen. Und nicht die einzige Sache für dich. Versuch uns runter. Ich werde ihn mit dem Paradox. Wärme. 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 Oh, das ist lustig, oder? Oh, das ist lustig. Weil wir haben das für 12 Stunden gearbeitet. Und du hast es nicht entstanden. Ich weiß nicht, warum du lachtest. Du hast eine Stunde. Solche es. Und das ist mal voll die Scheiße. Technologie. Also entweder ist die dämliche Lame Schwerkraft doch nicht so lame. Oder... Ja. Hallo meine Kinder. Das ist das Reste. Das ist so cool. Ha 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 ha. Hallo? Paradox time. Dan. 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 Ähm. True. Ja. Ich bin ehrlich. Ich kann das mal nicht hören können. Sorry, zu verheir. Ich bin paradox. Ich bin paradox. Ich bin paradox. Wenn ich nicht mehr in meinem Kopf habe. Ähm. Ich bin paradox. Ah, jetzt habe ich keinen dritten mehr. So, und ich baue mir einen Turm, und Turm. Ich weiß, warum. Nein, nein, nicht umfallen. Nein, nicht umfallen. Und da ist er drauf, da macht er ihn, und da hat er ihn gemacht, ein Ellbogentrop, und da ist er down. Er hat es geschafft. Ist ja wirklich unglaublich, mit welcher Sensibilitätstufe er ihn da einen reinkickt. Eine unglaubliche Faszination. Wir sind gleich wieder da nach einer kurzen Wirkung hier bei Sport 5. Diese fucking langsamen Dinge. Oh, wir sind schon da. Testkammer 0,1 von 0,1. Oh, ja. Dieser Test ist schon ein bisschen arg schwer. Es ist genau der gleiche. Oh, nein, mach es wieder. Und, nichts. Okay, okay. Okay, neue Tests, neue Tests. Es muss hier ein paar Tests sein, irgendwo. Oh, hier geht es. Okay, meine Paradox-Idee nicht funktionierte. Und er hat mich fast verletzt. Ja, also, das war schon wirklich die härteste Testkammer aller Zeiten. Zweimal eiskalt das Gleiche. Da, 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 da. Subscribe.